Sophie, die haben alles mitgenommen. Wahrscheinlich bevor du da warst. Alles ist schiefgelaufen. Ah! Jetzt gehen wir in die Offensive. Treffen wir uns am Lagerplatz von Jack und Joe. Auf dem Dach bei der Überfall. Geht in Ordnung. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Jack und Joe werden für diesen Scheiß bezahlt. Neues Storyquest. Der Überfall. Ich will auch gleich weiter. Hier kommt immer und immer mehr. Wir wollen als nächstes... Ja, wir gucken uns jetzt dieses Fragezeichen an. Dann dieses und dann gehen wir da rüber. Da unten. Und da ist auch gleich noch eine Begegnung. Naja, auch für die sind wir gerade nicht stark genug. Ach, guck mal. Das ist ein Evakuierungskonvoi. Richtig. Reicht das hier schon, oder? Ne, ich muss richtig runter, ne? Uh! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Da ist die Begegnung. Was ist denn mit ihm? Warum haut der denn ab? Eine Sekunde. Das geht nicht, das geht nicht. Du musst hier bleiben. Eine Sekunde. Stopp. Ich hab da ein Geheimmittel. Sehr gut. Bandit gefangen. Aber ich muss meinen Loot noch abholen. Hoch, 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 hoch. Hier ist richtig Remi, Demi. Alle wegbrennen bitte. Alle wegbrennen. Kann ich da rein? Ohne Probleme. Oh, 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 oh. Okay. Es geht rein und wieder raus. Und nun. Nun wollen wir weiter. Zum nächsten Fragezeichen. Links von uns. Ein Glück sind wir direkt um die Ecke. Das ist ein Fragezeichen. Oh, das ist ja eine coole Location. Die sieht wie der Story gebunden aus. Wenn ich mich nicht irre. Da oben geht Klammern. Oh, sie laufen uns schon wieder alle hinterher. Komm ich da überhaupt rein? Ist das überhaupt möglich? Finger weg. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das ist ein Banditenlager oder so, ne? Kommt man denn da rein? Ich glaube, wir sind zu früh hier. Wir dürfen auch gar nicht verflucht nochmal hier sein. Richtig? Richtig? Nee, da kommen wir hoch. Das kriegen wir hin. Oh, wie viele. Wir müssen kämpfen. Aua. Hey, das war echt nicht nett von dir. Und kick, man. Na, 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 na. Eins nach dem anderen. Für euch habe ich natürlich Shuriken. Na los, komm her. Komm her, du. Oh ja. Ha. Ein sauberer Shuriken. Sind hier noch mehr? Ja, noch zwei. Sind das dann alle? Boom. Boom. Yeah. Und einen Schlag hinterher. Und Dropkick. Das war seine Nahkampfattacke. Aber die wird dir nicht helfen. Was ist das? Was ist das? Danke, 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 danke. Lederschutz. Euren Kram nehme ich natürlich auch mit. Ich glaube, es geht um den Drop da oben. Das ist das Fragezeichen. Und den schnappen wir uns. Und den schnappen wir uns jetzt. Wie kommen wir da hoch? Wir werden eine Möglichkeit finden. Und wenn wir uns hochglitschen. Oder ist das Letzte, was wir tun? Flup. Ja, hier kommt man aber nicht weiter hoch. Wir umrunden einmal das Gebäude. Wir werden es schon finden. Ja, hier kann man hoch. Stückchen für Stückchen. Die Salamitechnik. Und hepp. Nice. Ist gar nicht so schwer gewesen, oder? Und nun da hoch. Vielleicht kommt der schwere Teil noch. Nicht rüber. Rauf. Aiden, bitte. Konzentration. Ja, magnetisch. Das sieht gut aus, ne? Oder doch lieber die andere Seite. Oh, 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 oh. Okay. Alles cool. Alles cool. Sowas gehört dazu. Na, dann eben hier lang. Flup. Aber diesmal ohne Sprinten, ne? Das sind nur kleine Abstände. Oh, Gott. Stehen wir gut. Wir stehen optimal. Und dann flup-diwopp. Yay. Falscher. Wo bist du? Ja. Militärluftlieferung. THB-17. Uh. Dö, 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 dö. Kletterherausforderung. Aber haben wir jetzt hier schon alles? Haben wir alles? Was wir kriegen können, oder? Gibt's denn noch Hemmstoff oder so? Das wäre natürlich doof, wenn wir jetzt den hier liegen lassen. Ich meine, ja, wir würden ja wiederkommen. Öffnen Sie eine Luftlieferung. Ist geöffnet. Mehr geht nicht, ne? Ist das abgehakt? Oder können wir auch hier wieder und wieder und wieder herkommen? Ist möglich, ne? Ist das die einzige Luftlieferung hier? Ganz offensichtlich. Die Mühle kennen wir schon, ne? Die Mühle, das ist... Nein. Die kennen wir nicht. In die Richtung haben wir noch keine Mühle. Ist das eine machbare Mühle? Möglich. Wie? Wir sollten das ausprobieren. Wir sollten unter die Mühle laufen. Überleben wir das? Na klar. Rolle vorwärts. Also war geplant zumindest. Und nun... Ne, das überleben wir nicht. Lieber... Lieber sorgfältig hier runter. Richtig. Stückchen für Stückchen. Da ist sie wieder. Die Salamitechnik. Ist das eine machbare Mühle? Sie wird immer noch nicht angezeigt. Wir klettern einfach mal hoch. Just for fun. Und... Puh, ich dachte schon, ich springe ins Leere. Darum bin ich Fachmann. Äh... Ja, hoch bitte. Hoch, hoch, hoch. Aiden! Aiden! Was war denn das bitte? Ach guck mal, wir hätten auch wieder das Seil nehmen können. Beim nächsten Mal. Dann ist das eine Übernahme... Übernahme... Übernahmemühle. Nein, ist sie nicht. Die hört sich sehr merkwürdig an. Als ob hier gerade jemand... Naja, für sich in seinem Zimmer ist mit jemand anderem. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Wir wollen, wollen, wollen. Zur Hauptquest. Genau. Ich setze mir Marker manuell hier rüber. Nein. Hier so in die Mitte. Nein. Hier so in die Mitte. Und dann gehen wir da rüber. Aber den Sprung, den will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Yay! Früher konnte man in Dying Light auch immer ruhigen Gewissens in Müllcontainer springen. Mit Müllbeuteln und so, ne? Ich weiß nicht, ob das hier immer noch geht. Hm. Sollten wir irgendwann mal ausprobieren. Quest, 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 Quest. Hier drüben irgendwo. Ach, oben. Oh. Und hier wird auch wieder gekämpft. Hey, ich hab ein Speer. Wer will es wissen? Wer verflucht nochmal will es wissen? Und diese verflucht... Maditen! Ja. Ja, ja, Mann. Umgesmashed. Seid ihr hinüber? Und dich kriegen wir doch mit Leuchtigkeit ebenfalls noch. Hey, hin. Loot nicht vergessen. NPC Loot. Menschlicher NPC Loot. Der beste wo gibt. Und aufs Kabel bitte. Ich danke dir. Wo dürfen wir hier rein? Oh, hallo. Ihr seid freundlich. Das ist schön. Na? Er kann nicht reden, ne? Er kann wirklich nicht reden. Warum warst du nicht bei der Mission? Deine Freunde hätten dich gebraucht. So ein Chewbacca-Charakter. Das heißt wohl, ich soll hier warten. Ping, ping. Der Überfall. Der Überfall. Es ist wieder ein Traum, ne? Das erkennen wir ja an der Filmkörnung. Dieser massiven Bewegungsunschärfe. Die habe ich eigentlich komplett ausgestellt in Dying Light 2 seit dieser Aufnahme. Weil man kann überhaupt keine Screenshots ansonsten aus dem Videomaterial ziehen. Das ist alles nur verschwommen. Wirklich, selbst die kleinste Bewegung lässt jeden Zombie so richtig Matschepampe werden. Mia? 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 Aiden, was ist denn los mit dir? Ich weiß auch nicht. Mia, wo bist du? Mia? Oh nein! 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 Aber diesmal ist sie auch groß, ne? In dem Traum. Wait, what? Jack und Joe werden dafür zahlen, was sie getan haben. Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich wusste, Karls Plan ist scheiße. Und trotzdem habe ich ihm die Führung überlassen. Und wie lautet der Plan? Von nun an folge ich meinem Bauchgefühl. Unter meiner Führung wird sowas nicht nochmal passieren. Wenn du dich ein bisschen mehr bealtet hättest, werden vielleicht noch mehr unsere Leute annehmen. Also ihn kann ich überhaupt nicht ab. Und ihr, ihr kann ich auch irgendwie nicht trauen. Wenn wir ihnen rechtzeitig geholfen, würden wir jetzt mal machen? Ihr wirkt auf den ersten Blick ganz schön link irgendwie. Falls du deine Meinung änderst. Dankeschön. Er kann echt nerven. Aber eines Tages werden wir etwas Gutes für diese Stadt tun. Birdie, auf dich! Ob das jetzt so eine gute Idee ist? Sich volllaufen lassen vor so einer wichtigen Mission? Du und Birdie, ihr standet euch nah, oder? Er versuchte sich als Dichter, fragte mir immer seine Werke und sagte, die anderen wären zu dumm, um sie zu verstehen. Hab ihm nie gesagt, wie schlecht sie waren. Er war ein guter Junge. Ich nahm ihn in die Gruppe auf, nachdem er in einer Dark Zone seinen Vater verloren hatte. Er war zehn Jahre alt. Ja, das ist ziemlich jung. Zu jung. Aber er hatte sonst niemanden. Also nahm ich ihn auf. Wenn du es schaffst, diese Banditen zu erledigen, ne? Jack Arsch und Joe Loch. Glaubst du dir, Arsch und Loch umzulegen wird irgendwas ändern? Der Tod ändert normalerweise schon etwas im Leben eines Menschen. Karl hatte Unrecht. Wir hätten sie gleich verfolgen sollen. Aber Recht oder Unrecht, wir müssen ihm helfen. Er ist einer von uns. Wir retten ihn und beschaffen die Kristalle von Jack und Joe. Außerdem werde ich sie nicht mit dem Mord an meinen Leuten davon kommen lassen. So ist der Plan. Ralph, Susie, Logan, Birdie. Sie verdienen Rache. Und Jack und Joe ein Todesurteil. Also werden sie sterben. Dein Funkgerät. Ja, rauscht manchmal. Geht zu Alberto. Er kann solche Sachen sofort reparieren. Danke. Ata, hier. Hauen Sie ab. Aber sorgen Sie dafür, dass Sie niemand sieht. Ihr zwei gebt ein hübsches Paar ab, Aiden. Ich bin auf dem Dach in der Nähe. Wir müssen reden. Jetzt. Es geht um ihr Leben. Das ist eine Falle, ne? Ich reiste in die Kilo. Okay, treffen Sie sich mit Ata. Wo ist er denn, der Gute? Direkt da drüben. Gibt es hier ein Kabel vielleicht? Aber ich glaube, wir schaffen das auch so, ne? Klopp. Oh, 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 oh. Wo was? Wo ist Hemdstoffbehälter? Wir müssen da hin. Wir müssen zum Hemdstoffbehälter. 42. Schande. Wo ist er? Hey, hey! Ich suche doch Hemdstoff gerade. Da müsst ihr mich jetzt hier belasten. Mit euren Problemen. Ne, es muss hier in die Richtung sein. 35, 34, 30. Richtige Richtung. Schön. Weiter. Und jetzt entfernen wir uns wieder. Ja. Hier lang? Nein. Hier lang. Da rüber. Ach, im Laden. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Aber. Warte mal, die können wir nochmal spielen. Hatten wir nicht genau die schon gespielt gehabt? Hatten wir die nicht schon gespielt gehabt? Das geht nochmal. Ja, dann machen wir das. Das ist ja schnell gemacht. Und wir brauchen den Hemdstoff. Okay. Sperrgebiet. Ich nehme den, den Sperr schon mal mit. Hallo, hallo, hallo. Wo ist er denn? Geht's los? Hä? Ich kann direkt rein? What the heck? Ähm. 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 Bug? Fragezeichen? Das wirkt gerade sehr verpackt. Die Kiste hatten wir doch schon. Hä? I don't know. Ich weiß es wirklich nicht. Kriegen wir jetzt auch einen Fertigkeitspunkt? Oh, warte. Was? Okay, wieder. Ausdauer, bitte. Und dann den Kampfpunkt. Mäusen, Elli. Ist okay. Ist okay. Wir werden das gemeinschaftlich besprechen, wofür wir den Kampfpunkt ausgeben werden. Also Elli sagt, wir sollen jetzt erst die perfekte Parade nehmen. Danach das Windrad. Beziehungsweise, wenn wir dann schon einen Bogen haben, das genaue Ziel. Aber als allererstes sollen wir die perfekte Parade nehmen. Und wer bin ich, der Elli zu widersprechen? Okay, wunderbar. So, mein Freund. Ey, Thor. Wir wollen zu dir. Und du bist da oben auf dem Dach. Nichts leichter als das. Oh, ein Heuler. Das ist ungünstig. Hat der uns schon gesehen? Können wir den nicht einfach abwerfen? Ist der da noch hinüber? Ey. Perfekt. Perfekt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Weg mit dir. Wir haben jetzt die perfekte Parade. Aber das bringt uns bei ihm hier herzlich wenig. Wir machen uns auf den Weg. Und zwar hier lang. Darüber. Hep, 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 hep. Genau, Laterne. Rabimmel, Rabammel, Raboom. Aber vorher wollen wir noch ein bisschen Kamille. Und Lavendel mitnehmen. Oh, den können wir auch noch looten. Gratis Loot. Yeah. Hey, Ata, da bist du ja. Na? Was wollen sie? Was wollen sie? Zuerst töten Jack und Joes Banditen Karls Leute. Jetzt macht Sophie sich bereit zum Vergeltungsschlag. Sie machen doch da nicht mit, oder? Sie sagten doch, ich soll ihr Vertrauen gewinnen. Ich werde Sophies Lager durchsuchen. Deshalb bin ich gekommen, um sie zu warnen. Gerüchte machen die Runde. Sie haben den Lazarus für mich gefunden. Sie könnten sie verdächtigen, ein PK-Spion zu sein. Sind sie nur hergekommen, um mich zu warnen? Sie haben mir mit dem Lazarus geholfen. Und ich kümmere mich um meine Verbündeten. Sophie kämpft einfach nur um Wasser, das ist alles. Ich glaube nicht, dass sie misstrauisch ist. Glauben Sie das wirklich? Sie hasst die Peacekeeper. Sie gibt uns die Schuld, dem Bazar nicht geholfen zu haben. Und auch die Schuld am Tod ihrer Mutter. Wenn wir also anfangen, ihre Leute zu befragen, seien Sie lieber vorsichtig. Danke für die Warnung. Haben Sie irgendwelche Informationen für unsere Untersuchung gesammelt? Sophie fragt sich auch, wer Lukas getötet hat. Was soll sie auch sonst sagen? Die wissen, wenn wir beweisen können, dass Sie Lukas getötet haben, gibt's ein Blutbad. Finden Sie von Sophie heraus, wann Sie den Angriff plant. Halten Sie mich auf dem Laufenden, wo Sie gerade sind. Alles klar, Commander. Nichts leichter als das. Jupp. Geht klar. Sophie. Verdammt, Sophie scheint gar nicht hier zu sein. Hey, hast du Sophie gesehen? Sophie. Ja, sie ging, äh... Sie meinte... Was? Sie ist dort lang gegangen. In die Richtung. Ganz genau. Danke. Aber was macht er hier draußen? Eben. Don't touch a running system. Sicher. Aiden ist mein Name. Vincenzo. Aiden. Wie bist du zum Pilger geworden? Heißt das, du bist ein Mörder? Vincenzo. Warum? Was meinst du? Warum? Papa, ich frage, weil ich neugierig bin. Sagst du es mir, Aiden? Ähm. Ich bin nicht besonders interessant. Ich musste ein paar Leute töten. Ich bin aber kein Mörder. Pilger zu sein ist für mich nur noch ein Mittel zum Zweck. Welcher Zweck? Vincenzo. Lass ihn in Ruhe. Um die einzige Familie zu finden, die ich je gekannt hab. Hast du? Noch nicht. Aber ich bin vielleicht nah dran. Ich hoffe, du hast Erfolg. Ich habe Federico nie gefunden. Wen? Federico. Er war mein bester Freund. Wir waren wie Brüder. Wir kannten uns schon ewig. Er verschwand wie die anderen Kinder. Wegen dieser beschissenen Tests. Oh. 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 Tests? Du meinst GRE-Tests? Weißt du, dass sie versucht hatten, hier einen Impfstoff zu entwickeln, als sie die Mauern bauten? Alles brach innerhalb von wenigen Wochen zusammen. Eines Tages verschwand Federico einfach so. Wir hatten Fußball gespielt. Ich ging danach nach Hause. Er auch. Und ich sah ihn nie wieder. Ich bin sicher, dass sie ihn geschnappt haben. Und das ist noch nicht alles. Weißt du, er war nicht das einzige Kind, das in jenem Winter verschwand. Es gab noch andere? Zwei Mädchen verschwanden zur gleichen Zeit aus dem Nachbargebäude. Und noch weitere in der ganzen Stadt. Und keines der Kinder wurde je gefunden? Nein. Aber nach dem, was Federicos Mutter sagte, glaube ich zu wissen, was passiert ist. Federico war einen Monat zuvor mit Lungenentzündung im Krankenhaus gewesen. Seiner Mutter wurde mitgeteilt, dass ein GAI-Doktor Blutuntersuchungen angeordnet hatte. Aber sie wollten ihr nicht sagen, warum. Eine Woche, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war er verschwunden. Kannst du dich an den Namen des Arztes erinnern? Keiner kannte ihn. Und im Krankenhaus rückte ihn niemand heraus. Nur, dass er sich um geheime GAI-Angelegenheiten kümmerte. Das ist der gleiche Doc, der uns auch als Kinder für seine Zwecke gebraucht hat. Ja. Toi, toi, toi. So, Sophie. In die Richtung, ne? Ist das jetzt vielleicht deine letzte Chance? Wer weiß, stimmt genau. Lass uns quatschen. Wenn du wissen willst, ob ich einen Freund habe. Ich habe keinen. Was nicht heißt, dass du auch nur die leiseste Chance bei mir hast. Okay, genau das wollte sie uns jetzt noch sagen vor dem großen Auftrag. Wenn du reden willst, kannst du das jetzt machen. Meine ändere ich nicht. Na gut. Ich hatte keine anderen Probleme, Mensch. Pass gut auf Barney auf heute. Der Typ ist wie ein Neonschild, auf dem steht, zum Chaos hier lang. Stimmt. Okay, und du redest nicht wirklich mit uns, ne? Brrrua. Es ist besser für die Welt, wenn du stillst. Ah, unser tapferer, verschissener Pega. Und er ist natürlich super besoffen. Trink. Prost. Nein, danke. Ich habe einen braunen Hals, will nicht, dass du dir was einfängst. Ich bin verkackt noch eins, unbesiegbar. Die übelsten Pestplagen können mich am Arsch lecken. Hey, hat dieser Demlak Alberto dein Funkgerät geprüft? Dieser Volldepp kriegt keinen geraden Satz raus. Den sein Hirn muss aus Schweiz. Ey, was sind das für Leute, mit denen wir hier zusammenarbeiten? Alberto ist ein Genie mit Waffen und Rüstung. Was ist denn deine große Fähigkeit? Eine Harmonika-Furzen und es Musik nennen? Hey, ihr elenden Wichser. Sprecht euer letztes Gebet. Barney kommt. Und er wird euch in den Arsch treten. Ich kenne die echt nicht ab, die Leute hier. Also teilweise, wow. Wow, 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 wow. Aber das soll wahrscheinlich auch so sein, ne? Mensch, wo warst du denn? Was ist mit deinem Funkgerät? Funktioniert es jetzt? Manchmal geht es, manchmal nicht. Purer Zufall. Susi, Logan. Ich schwöre, ich schlitze sie auf und esse ihre Eingeweide. Bernie. Ralph. Oh, muss der jetzt so besoffen sein? Ich liebe euch. Was jetzt? Erinnerst du dich an den Beginn des Niedergangs, Aiden? Nur vage. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Wir hatten die Kirche eine Weile gegen die Infizierten verteidigt. Meine Mutter hatte das Sagen. Sie verlor täglich Dutzende Leute. Sie hielt alle am Leben, während ich Barney im Auge behielt. Sie flehte die Peacekeeper um Hilfe an, wurde aber ignoriert. Schließlich wurde sie verletzt. Es war Dämmerung. Sie brachten mich zu ihr, aufs Dach der Sakristall. Sie sah mich und nahm mir das Versprechen ab, mich um meinen Bruder zu kümmern. Sie sagte das, als würde sie mir ein Auto leihen und sicher gehen wollen, dass ich es unbeschädigt zurückbringe. Danach ernannte sie Karls, ihrem Nachfolger, mit mir an seiner Seite. Du wirst einmal ein viel besserer Anführer sein als Karl, sagte sie. Aber solange die Welt brennt, hören die Menschen nicht auf jemanden, der so jung ist. Sie lag falsch. Ja, stimmt. So habe ich mein ganzes Leben lang gedacht. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt verstehe ich meine Mutter. Als Anführer musst du skrupelos sein. Damals war ich nicht bereit. Ein Killer. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Und ich weiß, was Verlust bedeutet. Es geht um rationale Entscheidungen. Über meine Schwester. Tut mir leid. Vielleicht muss es das nicht. Wir werden sehen. Und deshalb bist du in die Stadt gekommen, oder? Wegen ihr? Ja. Sophie, wir müssen reden. Zeit zu handeln. Je schneller wir das hier durchziehen, desto weniger vorbereitet sind Jack und Joe. Oh Gott. Lass uns nochmal von faul anfangen. Hier, trink dir ein bisschen Mut an. Solltest du vor einer Mission wirklich so viel trinken bauen? Dankeschön. Dankeschön. Ich habe die stärkste Leber. Ja, das mag sein mit der Leber, aber hast du auf den stärksten Kopf. Wo ist Sophie? Sprechen Sie mit Sophie. Abgeschlossen. Schließen Sie sich Sophie an? Die stehen doch gerade noch hier. Auf einmal zack, jetzt ist sie da drüben. Ja, dann müssen wir da jetzt auch rüber. Eins nach dem anderen. Gibt es hier noch irgendwas Schönes zum Mitnehmen? Einen Händler oder so. Haben wir genug Shuriken? Ja, haben wir genug Mollys? Wer weiß, was da auf uns zukommt. Das könnte ein schwieriger Auftrag werden. Na los, du reißt das Ding ab. Oh, eine Schaufel. Und sonst weiter nichts so. Ja, darüber. Los geht's.